Ach die Map kenne ich, ja die kenne ich, die hat Peeps mit zwar nicht gespielt, aber... Ah die kenne ich, die ist geil! Ja natürlich, die Peeps! Ja die kenne ich gar nicht! Ach stimmt, stimmt, stimmt! Mit Hardy noch, mit Hardy noch! Ja stimmt, diese Sniper-Noop da! Die ist geil, die ist geil! Das ist Sniper-Map-Knei! Hm? Das ist ein Sniper-Map-Knei! Ja, ey, du musst so sehen, Markus, heiß deprimiert als zweimal Sniper-Battle verloren! Ja, mach so! Hehehehe Hehehe So irgendwie bin ich da drin auch nicht, Kai! Die Sniper-Zauber immer noch! So sehr, Leute! Da ist ja diese Map, hä! Und Starter-Lakes! Boah, erst mal einmal hat er mir einfach einen Lucky Headshot gegeben! Nein! Oh Gott! Und die Map, die Map kenne ich noch! Kai, wie gesagt, der, der erste, die ich hier gegeben habe, wo ich treffend war, der war Lucky! Der andere hat die Tiefel! Okay! Ich bin dir grad hergelaufen und dann hab ich dich da stehen sehen! Ja, ich hab grad runtergeschaut, was du wieder machst! Er lasst Sachen explodieren! Ich schieß die Fesse weg! So, jetzt bin ich noch mal gekommen! Heyo! 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 Ich kenne die Map! Boggle, was machst du? Oh, die Runde gemacht! Boggle hat jemand eine Runde gesehen? Wie sehr sind wir sie? Ja, das war ich grad auch so zu sehen! Ja, das war ich grad auch so zu sehen! Geist für acht! Okay, ich hab grad schon mal diese Leiter ein übelst quer funktionieren! WTF? Ne, was geht da! Äh, ich glaub, man kann nicht ins Wasser springen, weil ich weiß! Okay! Ne, kann man auch nicht! Boggle, schieß jetzt, was ja gesprungen! Der Hessler eigentlich! Der Hessler eigentlich! Wow! Ich probier's auch mal aus! Alter, du kannst das Seilband fahren! Okay! Das Wasser ist voll gut animiert in der Map! Ja, das sieht check aus, das war echt so! Ist echt ziemlich gut animiert! Naja, das ist ein sehr kleines Dings! Ich soll nicht sagen, die Animation ist ziemlich klein, aber es sieht check aus! Wie komm ich hier herunter? Ist hier eine Leiter oder so? Ich will wieder hochkommen! Ich check diese Leiter nicht! Ah, guck, ich bin runtergefallen oder was? Aua! Aua! Sorry! Sorry! Ich geh weg da, da ist noch eins, da ist noch eins! Guck! Ins Wasser! Oh nein, ich will nicht ins Wasser! Ins Wasser! Nein, was? Ich hab mich da... Ich wurde da grad weg teleportiert aus dem oberen Kackteil! Nein! Detektiv, machst du da was? The fuck? Detektiv, machst du da was? Äh, Borge? Wieso fährt hier eine Gondel entlang? Was hast du getan? Wieso bist du badly wounded? Ich weiß nicht, entweder hat er auf mich gechancen oder... Ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht, oder? Ist von Leiting runtergefallen. Vom gelbes Fass! Der wurde durch ne M16 getötet! Lol! Da frag ich, alter! Hab nis n Hyper! Hab nis n Hyper! Hab nis n Hyper! Aber ich glaub, der Trader hat sowieso die Waffe gewechselt! Wow! Und äh... Und äh... Alles du für dich! Du kannst dich auch... Die ganzen Trader getötet kannst, oder? Dass du die verwenden kannst! Du kannst dich auch heil theoretisch! Das wird dann was stehen! Ich will's diesen Aufzug da benutzen! Ja, ich auch eigentlich! Ich auch! Äh, aber ich... Äh, aber ich... Nur dran geht nicht zurück, glaube ich! Soweit ich weiß! Ja, ich glaub, du stirbst da drin! Ja, ja! Nicht springen, sonst springst du quasi runter und stirbst! Hinter mir ist Dewey! Ja, ich guck dann was du machst! Dewey, du weißt was ich was ich mache! Ja, ja! Du weißt was ich mache! Du weißt was ich mache! Äh, wir lieben Kai! 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 Oh Gott! Der ist fast weggemacht! Oh shit! Bust die Traitor! Bust die Traitor! Äh, wer zählt? Kai ist nabt auf mich! Der Detective ist tot! Der Detective ist tot! Ich hab gar nichts gemacht, Alter! Ich hab... Ich hab... Ich hab alle weggemacht! Ich hab alle weggemacht! Einer mal neils! Alles klar! Gut gemacht! Gut gemacht! Gut gemacht! Und dann... Dann will ich das 1 gegen 1 Sniperbettler machen! Dann holt die Melle! Er holt die Melle! Er holt die Melle! Dich hab ich weggerotzt! Dich wolltest loshaben! Er... Dich hab ich weggerotzt! Dich wolltest loshaben! Ich glaub es hackt! Dich wollte ich loshaben! Tut mir leid! Bei den anderen hab ich mir so gedacht, den geb ich die Chance! Die können vielleicht wieder überleben! Bei dir nicht! Tja... Keine... Verloren! Oder was? Du hättest aber keine Chance haben dürfen zu überleben, sonst hättest du die sich preisgeben müssen! Ja, ich hab... Ich musste schießen! Ich hab von hinten hinten auf ihn geschossen! Alter, Jul! Wie sind... Wie sind... Neun Leute, wenn du gleich kommst! Da gibt's drei Traitor! Äh... Geh mal da weg! Alles! Geh mal weg! Wer kommt denn noch? Oh! Wer kommt denn noch? Ja, das sind wir zu neun! Achso, achso! Ich sag 10! Ey, 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 ey! Ey, ey, ey! Ich hab mal das zu öffnen! Ich bin gleich da! Workshop Komplett! Alter! Wir haben mal halb 10! Morgens letzter Schultag! Ich schützt dich ins Bett! Richtig! Echt so! Ich hab' noch mal in Ruhe! Ja, ey, ey! Kai, du hast was du brauchst? Die ganzen Tag zum Schlafen! Ist so! Es sind eigentlich 3 oder 2 Traitor! Äh, jetzt noch 3! Ich glaub' ich! Geh' weg! Geh' weg! E-o! 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 Die... Die Kisten kaputt zu schließen bringen eigentlich gar nichts! Dui rennt weiter! Ja, wenn ich sterbe! Das ist Dui! Diese Fresse mach' mich... Die mach' mich fertig in der Map! Geil es! Geil es! Geil es! Geil es! Geil es! Geil es! Ja, klar! Du hätt' grad' rumgeschossen und danach gelacht, als werde ich das bin! Jaja, das war sowieso ne Spür! Belissen! Kai ist trotzdem! Kai ist immer! Ich glaub' alle weggerotzt hab' ihr kleinen Wichser! Kai ist echt immer! Du wirst es! 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 Boogel! Boogel! Mit der Huge! Damit kann schon niemanden treffen, weißt du das eigentlich? Nein! Der Huge ist die Waffe! Au! Ich bin runtergefallen! Ich wollte die Gondel benutzen! Au! Ich bin runtergefallen! Ich wollte die Gondel benutzen! Ich bin tot! Au! Nein! Ich hab' Schaden bekommen wegen der Gondel! Die benutze ich nicht nochmal! Wo ist denn die Gondel? Ich hab' irgendwie Schüsse gehört! Das waren das kein Konzept! Klick sie los, go! Wuuu! 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 Ich hab' dich aber echt müssen durch die Gegendreise! Ich glaub' ich hab' das so gelöst! War ja mal eine Reibe drin! Kann man sich denn mit Magnetistik anhängen? Einfach gar nicht! Da hat man sich denn! Aber immer eine Reibe drin! Fuck! 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 Oh ich lebe hier noch! Du zieht auf mich! Gib weg! Alter! Du! Ich hab' dir gesagt, ich bring dich! Ich weiß nicht! Ich guck' eh nicht! Wenn du da hinterher läufst! Ne, ne! Ich glaub' die wurden in Leiche verbrannt! Oder? Er hat ja nicht sein Fenster! Das ist ein Fenster! Der tappt noch irgendge anderes! Äh! Was ist Kai lebst denn noch? Rogel, sieh mal nicht auf den Detektiv sonst wirst du gleich weggeschrotzt! Okay lebst! Ich vertraue dir gerade eigentlich nicht! Das kannst du mir nicht glauben! Ja. Kai? Ja. Ja. Achso. Kai musst du dich fragen. Wer ist dein? Das Leibkopf. Ja. 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 Ja, sie waren wirklich leárikers. Weil ich sonst noch nicht so leiden ist. Ja. lamentsmehric videon touchieren? Ja. Ja, ja. Na. Wie du luck last? Weißt du was, auf dem Heer mid-лег ist jetzt nicht ergreifen? Eine Bombe? おお. Eigentlich reste ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe schon ein bisschen eine Reife. Die Bähte controversial Eles nicht sind dran edig. Ja. Das war gar kein Traitor drin Ich seh dich Ich seh dich Hi Ich glaub auf Dany wurde geschossen Geh weg Dany Ja ich glaub ich Auf Dany wurde echt geschossen Weiterhin Alter ich leb noch Bastis tot Bastis tot Tschöün gebrucht Tui vertraue ich Und ich hab auch auf Bastis geschossen Dankeschön Na schön Ok mein Gäser ist in Wedel Ähm Alter, Alter. Alter, Alter. Der ist übel. Schwer zu spielen. Und ich hab nicht so durchgeduselt. Ich hab nur 2 HP, Alter. Und jetzt gibt's 3 Treadhorns. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und jetzt gibt's 2 Treadhorns. Ey, das ist jetzt nur der Brainfuck, Alter. Das ist der Brainfuck des Toges. Ich liebe es jetzt schon, Alter. Ach, Scheiße. Oh, Geil. Ich will keine Luft. Ich hab Scheiße. Ich weiß nicht mal Volker. Ich rott gleich Kai einfach auf. Auch wenn der Treadhorns ist, soll da kein Spaß dabei sein. Oh, Scheiße. Wenn man ins Wasser fällt. Oh, ich bin der Detective. Das ist eine große Ehre. Oh, Fisser. Oh, Fisser. Ich will mal eine gescheite Waffe. Ich hab' die Waffe. Ich hab' die Waffe. Das bin ich kein. 2 Euro ist bei mir. Ich bin nicht so. Oh, oh. Ich hab' die ganzen Fässer. Alle Fässer müssen weg. Alle Scheißfässer müssen weg. Das haben wir gestorben. Wir wollen mal hinter dir. Oh, hier. Bei mir ist Dani. Oh, oh, shit. Wer hat die Gäser versetzt? Ich hab' den. Alter, die haben wir auch gestorben. Ich seh' da jemand dass Neimed. Oh, das ist Kai, das ist Kai. Kai. Da war's noch? Da ist noch ein Zweiter. Da ist Lele. Lele anwohner auch nicht. Lele, Lele, Lele. Ich hab' Lele wegrotzt. Du bist so? Sam mit Alius. Sam mit Alius. Ich hab nur Kai gesehen Kai ich hab nur dich gesehen Ich identifiziere ihn jetzt Ich glaub Fressgo ist tot Der Markus ist tot Nein! Oh Gott Ich lebe noch Wen gibt's noch? Mich gibt's noch, Kai gibt's noch, dich gibt's noch Alius hat glaube ich noch geliebt gerade eben Der Boogl ist auch noch Ja der ist sehr schier Lele hab ich weggerotzt Alter Boogl was willst du denn? Boogl ist die sterben Boogl ist die sterben Boogl ist die sterben Boogl ist verreckt hier Ich glaub Kai Das war Sniper so Sniper kann Kai auf jeden Fall gut Das ist so das einzige was er gut kann Hä? Kai verpiss dich Ich mach dich weg Nein, Fabi, du wirst mich sicher nicht Das ist sowas für ne Traderrunde Ja Hahaha Du wirst noch Ja glaub ich dich gekillt Nice Job So, und der hat ne Trader-AVP Hat er mich auch noch da gelassen Oh nein, was hat er erst? Was hat er mir da gelassen? Ne Trader-AVP und ne Melonautschut der leer jetzt leider So Äh Den hab ich gekillt Den hab ich gleich Den hab ich gekillt Den hab ich gleich Okay Den hab ich auch gekillt Da unten liegt noch ne Leiche Ich mach dich und identifizieren Althul, wenn du mir zu nah kommst, schieße ich auf dich Weil es ist nicht sicher, wenn wir uns in zweit noch sind Macht sie Oh, Dani lebt auch Dani, so redest du nicht Dani? Was? Da gab keiner redet Ja, ich redet keiner Ich verstehe nicht, wo ich rangee Ich weiß gar nicht, wie hier hochgekommen ist Hey, ich weiß gar nicht, wo ich bin und wo ich hin muss Das ist wirklich der Herr Ey, ich check grad überhaupt nicht, wo ihr seid Ey Ich geh wieder runter Boah, soll ich da eigentlich abknallen? Ich weiß Oh, Alter, ich sterb Oh, war alles knapp Komisch Wohl, kannst du Dani killen Ey, warum denn? Weil wir in den letzten drei wahrscheinlich sind Ja, okay Ja, und? Der ist außen unten Ja, ich bin grad im Wasser Ich muss grad versuchen wieder reinzukommen hier Ich hab keine Ahnung, wie ich wieder rauskomme aus dem Wasser Dani, da hoch will ich nicht kommen, sonst mach ich dich weg Hä? Kann mir jemand sagen, wie ich aus dem Wasser rauskomme? Ja, toll Ja, ge- Ja, ge- Geh dir in die Richtung Hey! What the fuck? Ich bin grad vor abgerutscht Was soll der Scheiß? Okay Oh Jule? Ja, ich wurde geschossen, weil meine Waffe War irgendwie weg und dann musste ich gucken, warum sie noch da ist Jule töte Dani, ich hab Baschi abgerotzt Nice Haha Den Klaus noch wechseln da hinten, alter Kann ja nicht wahr sein So hat's mir hier, oder? Ähm, wo steht Dani? Da hinten, also Dani, ich komm jetzt, gell? Also mach dich schon mal bereit, mach deinen Anus bereit, spreiz deine Arschbacken Ich komm jetzt Ah, ich seh dich schon Ah ne, das ist geil Hm Jetzt doch 1 Sekunden 1 Sekunden Ok, der ist da hinten Anderseite gemerkt 2.000 Steaks Weg Wenn ich was kaufen kann Ne Schade Hast du ihn? Ne Oh mein Gott Oh mein Gott Was ist das? Der ist zu mir Der wollte mich besser Ich hab keine alter Dani, der Wechsel Oh, ich weiß wo es Ich weiß wo es Ich weiß wo es Er ist auch runtergefallen Alles klar Dani! Dani! Kooperier doch mal ein bisschen mehr, Mann! Ich mach da eigentlich gar nichts Sorry, ich mach das Job Dani, alter Dani, Kai steht neben dir und schieß auf dich Und du machst gar nichts Willst du dich verarschen? Oh du willst Nee, du hast gar nicht geschossen Du hätt auf dich geschossen Du hätt auf dich geschossen Du wolltest dich mit dem Headshot killen, alter Und du drehst dich um und läufst weg, alter Es wäre ein bisschen geiler gewesen, wenn du ihn noch mehr überlegen Habe ich gar nicht Ich weiß ob es geht Ich hab ihn auf ihn geschossen Nein, aber Kai hätte den Video überlegen können Wenn der noch Points hätte Ich hatte keine Ahnung Kai hat aber auf dich geschossen, Dani, alter Was? Alter, Kai Du hörst doch nicht mehr mehr, ohne Witz Du hörst doch nicht mehr mehr, ohne Witz Du hast die ganze Zeit nicht geredet Und erst wenn ich auf alle Punkte hatte geredet Ja, du machst eine Innocence Aber das ist nicht so minimal Ich hab dich zuerst an ich kann das gerade so viel nicht geil und ich guck nur rüber, ich seh dass hier jemand lebt und denkt okay vielleicht ist das du es ich seh Ka.. ich seh Io und ich denk mir so, ah f*** dich oh man der Moment war geil in dem Moment war klar okay du das ist es macht so als ob da jemand nicht mehr bleiben kann ich geh weg aber du, ich hab die ganze Zeit Daniel gesehen, auf der anderen Seite ganz unten, der hätte den nicht wieder beleben können okay das macht Sinn, hier ist Dani ich kann das einfach so geil tun, nimm mal eine Leiche für dich weisse, ich kann wieder rangehen aber was ist das, was ist das, was ist das? Kai, warum bist du eigentlich wundet? tschol, Kai hat mir roter gefallen und geh mal hier weg, 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 weg Lele, hat es besser geschossen damit ich... tschol, Spur Lele hat jetzt eigentlich irgendwas böses getan oder? ich glaub Kai ist es nicht, der hat mich grad umgebracht und Boge weiß ich nicht tut mir leid, wenn ich größer wurde, wo ich dich angeschossen hätte aber irgendwie, ich hab dich einmal angeschossen und da hast nichts gesagt dazu und dachte ich mir okay, die erwartet es mal ich hab eigentlich hab ich es gehört ich fand es lustig, dass einfach... Jure ich dich von den so gerissen haben das kann ich schon mal ausballern ja, das hab ich nämlich grad probiert, äh ich geh mal da runter der hängt ne Kreissäge, kann man der aufhälten? Alter, das wär nice okay, der Leiter runter, kann der totkriegen ey Bashti, ich hab ne Kreissäge, möchtest du die haben? ne, eigentlich nicht ich kann den immer da so millimeter weit bewegen und irgendwo ist der die Technik in uns vorstück geworden wer ist es? wer ist es? Jule ist es! Jule ist es! Jule ist es! Jule ist es! Ja, du bist es, Mann! Du hast den Entschossener gerade da oben! Mann! Hier ist noch einer! Da ist du! Ja, du! Ja, nice! Da bin ich weg, ich bin Wer ist es? Danke, ah, ich hab schon Tschüss! Dani, Bestoß! Ja? Komm, vergiss dich! Dani, hau ab! Geh dich um! Komm, vergiss dich! Geh weg! Du sollst schon in die andere Richtung laufen Ja, gut, dann geh ich weg Ja, schön, wer lebt überhaupt das? Da liegt nämlich schon wieder jemand tot auf dem Idiot Alter, verarscht! Da liegt schon zwei! Sag mal, bist du echt behindert? Ich muss den umbringen Es tut mir leid, ich konnte nie Du bist nicht anders, weil Du schiesst ja was von Du schiesst ja was von Weißt du, wer es auch ist? Ja, nee! Weißt du, wer es auch ist? Ja! Ja, ich weiß, wer es noch ist, halt's Maul Wer schiesst? Halt die Fretze! Oh, schiesst ja! Oh, schiesst ja! Wer lebt denn alles noch? Ist auch nicht Na ja! Ist ja niemand, der lebt, ja? Hallo Volker! Hey, was schiesst auf mich? Hör mal! Der Detective schiesst doch mal auf mich! Geh weg, Detective! Dann werden wir die ganze Sache mal weg! Oh, nein! Ohne Witz, Alter! Ja, what the fuck! Hey, I3 überliebt! Weiß ich nicht! Alter, die Ringer ist da oben! Mach's doch mal! Ich hab gesehen, wie du halt umgerotzt hast! Du hast halt umgefallen, dann hab ich nicht weglaufen! Hast du hier gekillt hast! Alter, die F3 Trader ist aber auch echt! Das sind ziemlich krass, die Raider! Die Mapp ist, die Mapp finde ich krass! Weiß ich hab wunderschöpisch mag! Ich bin vorhin in der Dings fertigen Runde in die Beerenfalle gelatscht, jetzt stecke ich noch immer in der Beerenfalle und kann mich nicht bewegen! Ja, da re-sponning, 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 re-sponning! So, ja! Das hat er ganz schön gescheppert! Wer schluss tut! Einer, die Leiche identifizieren, wenn's ist, weil sonst fühlt sich seine Rolle raus! Ich bin Detective gewesen, ich wieder überlebt mich jetzt! Und ich bin wieder Detective! Ich hab keinen Bock, dass ich einfach alles um schwulen Back zu sterben! Ja, ja, das ist okay! Macht Sinn! Aber, 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 hey! Man, ich verlieren! Oh, shit! Das ist jetzt, Alter! Der Kai! Ich überkulier den Menschen! Ah, der schlille! Nein! Der kilt immer unsere eigenen Leute! Ach,so! Die eigenen! Ich hab aus der Selbst-Past-Kai getötet! Drei Mal hast du den Past-Kai getötet! Jules bei mir! Jules bei mir! Jules bei mir! Jules bei mir! Kai ist bei mir! Kai ist bei mir! Kai ist bei mir! Kai, Kai! Guck mich nicht so an! Geh weg! Kai 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 Kai! Ich guck dich jetzt an! Ich weiß! Kai 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 Kai! Ja, ich folg dir nur! Du Osama ist drittest! Ich bin mir aber der Fall! Du schießt doch, du schießt doch nicht... ... du bist safe-pust, dass du nicht erstreckt und wir alle noch nicht schießen und fragen. Wieso schießen wir beide aufeinander? Du bist hier, du bist schoss? Hast du vorher nicht auf mich geschossen, als ich auf der Leite war? Geh ihn identifizieren oder ich töte dich! Geh ihn als Schuss aus... Ich dachte, du wärst! Traitor! 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 Alter, was geht denn? Leid, du, was geht denn nochmal? Ich habe gesagt, du bist gut, du bist... Ich hab gedacht, dass ich voll auf die Leite auf mich geschossen hab ich geschossen Lege, was heißt das? Ich brauch Leben Detektiv, Detektiv, ich brauch Leben Ja, ich bin runtergefallen von diesem komischen Kackteil da, von diesem Lift Brauch ich ein bisschen, ich krieg grad fest Warte, warte, warte Ich hab auch nicht Detektiv Okay, ich leb noch Wer ist Detektiv, ich brauch Leben jetzt Hä, wieso, wieso, aber der kann auch Traitor sein, mal Ja, hab ich geschossen Ui, du, okay, ist du tot? Ich hab noch, hab ich nicht was, die sind Ich hab dich nicht Ich hab dich, was sag ich zu Ja, ich dachte der Werner ist Er war auf mich geschossen Ich wollte doch gucken, er wurde echt Der ist der von der komischen Lift Dinger Nö, das sind mal so viele Menschen Traitor Ich verkrug mir halt, ich sag ich Ich hab mich, ich sag du wieder raus Ich knallt du ja Du, 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 du bist doch die Tech-Leiter, du bist doch gar nichtes Wasser Ich mach nichts, dass du, du, du bist doch von, für mich zu sein, du, du bist doch Die sind so nicht so noch, wir können definitiv nicht spielen Du schießen, du bist auch nicht schießen, Alter Ja, weil ich die Traitor ausrotten will, Mann! Ja, weil ich die Traitor ausrotten will, Mann! Wenn du auf mich schießt! Was? Wenn du das Feuer auf mich eröffnest, schieß dich zurück, Mann! Ich hab grad gestoßen, Mann! Der ist richtig gewundet, Mann! Ja, aber wir haben gar keinen Plan gekriegt! Ich krieg was mal passiertes, wenn alles so richtig ist! Warum hast du auf dich geschossen? Ja, ich hab da auf mich geschossen! Ich bin auf den Leiter runtergegangen, dann hat er mich geschossen! Dann ist er weggegangen! Ich hab da alles gefehlt mit einem Hate-Shirt! Oh, diese Leiter! Ich steck schon! Ach, das ist der Keli los mit dem Verdachtgelder! Ne, ne, ne! Ich hab ihn gar nicht gemacht, den ich hab' komplett runtergezogen! Ja, ich hab ihn nicht... Er ist ja nicht so aufgehört! So aufgehört sich! Was? Daher haben sie auch auf mich zu zählen! Ja, gleich ist es, bis ich war die ganze Zeit rein! Ich weiß, Kai, Kalt gilt immer, Kai, Kalt gilt immer! Das ist normal, aber trotzdem traue ich dem aber nicht! Ich hab' dir den letzten Jahren! Das Deathlinger hat angegangen! Und der Clocking-Device! Irgendwie sowas! Ah, wo? Ich hab' oben! Ich hab' oben! Und in der hinten anderen Map! Du weißt, wo man hinten hochgehen kann! Da ungefähr, glaub' ich! Der Kai war das nicht! Was machen wir los? Kai war das dann nicht! Warum hab' ich den D-N-E-S-Geran gefunden? Da hab' ich irgendwas gehört! Da hab' ich irgendwas gehört! Da hab' ich irgendwas gehört! Äh, Kai! Ja! Ich mach' den gleiche hier weg! Ich hab' alles an! Ich hab' alles an! Ich bin jetzt in die nächste! Du weißt du, du kannst ihn da hinten über die Krippe werfen! Da ist ne Brieb zu Ende! Nee, ich hab' dir einfach ins Wasser geworfen! Wenn der hier wirklich runtergeht, dann kann man ihn sehen! Also man hier viele Leute rum! Äh, dann kannst du mal kurz halt! Könnt' ich dir gleich zum... Ich hab' dich noch nicht mehr an! Äh, nö! Ich traue hier grads keinem! Das hab' du mal leicht! Geh! Der einzige, den ich eigentlich vertrauen konnte, hab' ich vorne schossen! Nee! Ja! Ich häng' dir schon wieder dran! Tschüss, Kai! Wieso Kai so bad wie wundet? Weil ich nicht runtergefallen bin! Schön, als ich das Ding mitmachen wollte! Hast du wieder verkackt, oder wie? Wer ist das da? Ah, das ist die! Guck an! Das ist die, richtig! Ja, geh' mal weg da! Scheiße, ich bin hier schon wieder fest! Nein, ich will nicht wieder runterfallen! Ich hasse dich! Ich hasse, das hier bin ich auch runtergefallen! Wenn du dich also noch auf die andere Weichung rübertrutschen, gehst du das gar falsch! Du wurde gekillt! Mit was, mit was? Was? Warte, warte, warte! Äh, Sniper! Sniper! Ich glaub' Kai ist es! Ich glaub' Kai ist es! Ja, okay! Ah, ich weiß nicht! Loll! Alter, Kai! Der hat ein Dead Ringer! Der hat einen Dead Ringer! Der hat einen Dead Ringer! Der hat einen Dead Ringer! Und Kai ist es! Und Kai ist es! Ich kann ja nicht! Ich kann ja nicht! Ich kann ja nicht! Ab nochmal! Kai ist tot! Jan ist der Letzte! Moment! Der hat eine Mellon auf seinen Kollegen geschossen! Den ist der Dings, äh... Okay, Dui! 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 Sie kriegen eine schöne Healing Station! Gut! Ich bin da! Hi! 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 Ich geh' durch! Ich geh' durch! Ich muss ja! Ich muss ja! Ich vertraue Dui, Dui hat einen Traitor umgebracht! Äh... Ich weiß ungefähr, wo... Ja, ich muss schon, dass der Adios sich wiederbelebt! Ich hab' keine Leiche! Ja, ja, aber... Äh... Die liegt unten im Wasser, die vorn! Adios, die Leiche! Das hat nie alle! Scheiß! Hast du gerade da? Ja! Wo ist der? Frag der Traitor, wo wir alle sind! Kauf doch gerade da, wenn du... Ich hab'n Rotter, ja? Ja! Ich hab'n Rotter! Okay, er hat wieder Deadwing an! Oh, ich bin runtergefallen! Er hat wieder Deadwing an! Oh, nee! Bist du tot? Jan hat wieder Deadwing an! Jan hat wieder Deadwing an! Jan hat wieder Deadwing an! Der ist im Wasser! Der ist im Wasser! Der war im Wasser! Ich weiß, ihr seht den... Ja, der ist bei mir! LOL! Oh, du hast den LOL! Jan, tut mir leid, ich könnte nix machen! Ich hab' geschossen! Auf einmal war mein Pickbar 540 und ich... Das war... Das war... Das war... Ich wollte grad du ihn wegschießen und dann... Das hat so geil gepasst! Ja, Jan, ich hab'n dich weggemacht! Weil ich hab' gesehen, dass du bei Juul warst! Und du hast ne Sniper Cup! Ja, vor allem wisst ihr... Vor allem wisst ihr, was bissel dood ist? Ähm, ich weißte ja gar nicht direkt... Guck mal nach, äh, nach Alios Leiche, weil ich dann da noch vorbeikommen könnte, ne? Und ich denk so, okay, ich muss mich irgendwo verstecken und drifte natürlich... Ja... Aus Versehen ein Alios Leiche vorbei, wo alle rumstehen! Ja, ja, ja... Ja, ich töte ihn und dann werde ich getötet! Du hast mich ignoriert! Ich hab' fünfmal geschrien! Geh' nicht identifizieren oder ich töte dich! Du hast mich ignoriert! Ich hab' dich getötet! Du hast mich ignoriert! Ich hab' dich getötet! Ich hab' dich gehört! Ja! Ja, schreien da sowieso alle rumstehen! Alter! Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Das tut mir leid, dass ich dich gekillt habe! Das tut mir leid, dass ich dich gekillt habe! Boah, Alter! Der Map ist das so tödlich! Niemand kann's mehr sch... Da wollen die Traitor einen einen kreativen Headshot geben auf einmal! Blut, weg! Legs? Nein, das ist kein Legs! Nein, das ist kein Legs! Alter, wer war das denn? Ich hab' nur 18 Leben! Ich hab' nur 18 Leben! Der hat grad' dieses Fass abgeschossen! Alter! Ich kann einen Film gucken! Das ist kein Legs! 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 What the fuck? Nein, Legs! Nein! Nein, nein, nein! Ihr fällt jetzt wieder einfach nach der Richtung! Alter! Alter! Boah! 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 Ab und zu alle fucking zwei Sekunden oder so! Mist! Shit! What? Das legt nicht! 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 Alter! Wenn ich irgendwo mal rumstehe auszuziehen einfach, dann ist es, weil ich die Lecker warten will! Ja, weiß auch! Hier ist Kai! Lecker warten! Lecker warten! Alter! 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 Ja! Ich hab gerne keine Nexuemlauch! Und Basti ist Traitor, so wie ich gerade gehört habe! Durch da reale Geschraub. Alle wollen die mich verarschen! Wie soll ich das hier überleben, alle? Hä! Ähh... Jüngs! Jüngs, Leckö beautiful! Kiel Was schon? Schon Wolltest man mir aber ständig hab gar nichts gemacht, ich hab einfach versucht gerade zu laufen Ja ich hab 3 Leute umgebracht und irgendwie dass das ganze selber umge- 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 die Mamaaaa Da auf die Reck holen Aller, diese scheiß Renemar Kack, alles piss mich voll an Ist voll leerlich Jaa A lezunda kann nicht wenden Kann die snipen, ne? also es ist es ist richtig dass ich der letzte das ist ja ja ich kann nicht zählen es geht nicht du wärst schon drei mal gestorben Mann fick dich wie ein Nomad der ist da oben ich würde dich nämlich also ich wäre schon nichts bei dir aber Leute ist so scheiß Nomad Alter Alter nein die kann dann so kanteil Mama da war kein Wasser mehr oi wichser ich bin gerade Oma der Leiter der dreht er mich Oma nicht verrunden Irgendwie wird immer Pascal gekillt wenn du jetzt was passiert ich hab auch